Weniger Straßenverkehr, die Mobilität so weit wie möglich auf Zug- und Bus verlagern, Elektromobilität fördern, das öffentliche Verkehrsnetz verbessern, unterschiedliche Mobilitätsformen vernetzen, den Verkehr sicherer machen und aus den Dörfern und Städten entfernen. Dies sind die Schwerpunkte der Verkehrs- und Mobilitätspolitik der Landesregierung für 2017. Es geht in erster Linie darum, den öffentlichen Personennahverkehr noch attraktiver zu machen, sonst werden wir das Verkehrsproblem nicht in den Griff bekommen, wir müssen noch näher zum Kunden. Das geht dadurch, indem wir die Infrastruktur verbessern, das heißt neue Gleisverbindungen, bessere Gleisverbindungen, neue Bahnhöfe, bessere Bahnhöfe, auch die Fahrzeuge noch besser gestalten, neue Busse, neue Züge noch nutzerfreundlicher, aber vor allem auch die Fahrpläne entsprechend nutzerfreundlich gestalten. Dann werden noch mehr Menschen umsteigen und das wird die Straßen entlasten und das Verkehrsproblem entschärfen. Zu den wichtigsten Vorhaben gehört natürlich die Umfahrung von Bootsen. Was die Umfahrung von Bootsen anbelangt, sind auch bei der Arbeit, wir haben schon ein Konzept für eine Umfahrung, die die Simulationen gewährleistet haben, dass dieses Konzept funktioniert. Wir sind aber auch der Meinung, dass diese Umfahrung auch eine Verbindungsinfrastruktur sein muss. Ich beziehe mich auf das Stadtzentrum und auf die Industriezone. Innerhalb Ende Jänner bekommen wir die Ergebnisse der Simulationen und innerhalb Ende Februar sind wir sicher, dass wir eine vertiefte Studie zur Landesregierung vorlegen können. Es geht aber nicht nur um die Landeshauptstadt. Auch in anderen Städten und Tälern sind wichtige Maßnahmen geplant. Ja, wir gehen im Jahr 2017 drei Projekte an, wodurch eben sich die Situation, was eben die Staus beziehungsweise auch die Wartezeiten im Buchhafenamt, im Eisacktal und auch im Pustertal wesentliche Verbesserungen mit sich bringen werden. Ich denke dabei an die 7.000 Autos, die eben in gewissen Zeiten vom Gardertal auf der Route nach Bruneck oder noch mehr nach Brixen eben sich bewegen werden. Ich denke, die Möglichkeit in Brixen durch den Mittelanschluss direkt eben dort hinzukommen. Und auch was Meran anbelangt, wo bereits mit Paulus 1 50 Prozent des Verkehrs in jener Zone von Meran und von Al-Gund reduziert worden sind. Die Elektrifizierung der Finchka-Bahn, die Rickertalschleife und der Ausbau der Linie Bozl-Meran sind nur einige der Vorhaben, welche Südtirol zu einem europaweiten Vorbild in Sachl Mobilität machen wollen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige alpine Mobilität zu entwickeln innerhalb 2030. Das geht natürlich Hand in Hand mit den neuen technologischen Entwicklungen, Umstieg auf Elektro- oder wasserstoffgetriebene Mobilität, aber eben auch mit dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrsdienstes. Die Verbindung Bozen-Überetsch gehört zu den wichtigsten Projekten für eine nachhaltige Mobilität und eröffnet neue Perspektiven für den Nahverkehr. Was Metro Busch betrifft, sind wir bei der Arbeit. Es handelt sich um ein Konzept von neun Baulosen. Die ersten drei sind schon ausgeführt. Andere drei, und ich beziehe mich auf Champausch, Unterplanitz und Kalten, werden im Jahr 2017 ausgeführt. Und die restlichen im Jahr 2018. Die Ziele für dieses Projekt sind die Sicherheit, aber auch die Verminderung der Fahrzeiten. Das gesamte Ziel ist die Verminderung von ein Drittel der Fahrzeiten zwischen Bozen und Kalten. Und wir können sagen, dass mit den ersten drei Baulosen haben wir schon drei, vier Minuten erspart für die gesamte Strecke. Der Mobilitätsplan des Landes gibt die Leitlinien für den Ausbau eines neuen Verkehrskonzeptes für den öffentlichen und privaten Verkehr in Südtirol vor. Der Landesmobilitätsplan ist im neuen Gesetz Öffentliche Mobilität vorgesehen und definiert das Planungsinstrument für die nächsten zehn Jahre, was das Bus- und Bahnangebot für das Land Südtirol betrifft. Dieses Angebot definiert die Ausschreibungslose, definierte Infrastrukturen und die Investitionen, die dafür gemacht werden müssen. Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass das Landesgesetz zur Mobilität alle Normen vereinheitlicht hat, dass es den europäischen Vorgaben entspricht und dass es Kosteneinsparung, Förderung der lokalen Wirtschaft und hohe Qualität der Dienstleistungen in sich vereint. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.